Ja man, die Börse läuft wieder richtig geil, fette Gewinne, Bitcoin läuft, Bitcoin ETF, Bitcoin Halving, Nvidia Aktie, Apple, Microsoft das teuerste Unternehmen auf der ganzen Welt hat Apple überholt. Jetzt kommen wieder die ganzen Finanz-YouTuber, Finanz-Influencer aus ihren Höhlen und Schneckenhäusern gekrochen und verkaufen euch die letzten neuen frischen Kurse. Wie ihr in drei Jahren finanziell frei werdet oder innerhalb von zwei Monaten die ersten 100.000 pro Monat Dividende bekommt. Ja, der Markt 2024 startet richtig, richtig gut und jetzt kommen alle die, die wieder eine lange Sendepause hatten, rausgekrochen aus ihren Höhlen. Natürlich gibt es auch die, die immer durchgezogen haben, aber es gibt auch eben genau diese Leute. Und da frage ich mich manchmal, fällt den Leuten das überhaupt auf? Zum einen natürlich den Leuten, die selber den Content machen, aber auch gleichzeitig die Leute, die das gucken und sich denken, hä, da war jetzt ja Funkstille, Monate, Wochen lang und jetzt kommen diese Leute wieder rausgekommen. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin ganz ehrlich, ich habe nichts dagegen, auch wenn ich jetzt hier dieses Video mache, nur denke ich mir manchmal, man muss das Ganze schon aus der Sicht eines Zuschauers, und ich gucke ja auch Videos, ich bin auch Zuschauer bei vielen Kanälen, also ich konsumiere tatsächlich viel YouTube. Nebenbei vor allem, ich höre halt vor allem im Hintergrund, das ist dann für mich ein Podcast teilweise, dann höre ich das nebenbei während der Arbeit. Und da frage ich mich dann manchmal schon, das muss doch einem klar sein, dass die Person, die jetzt hier einfach Schönwetter-Investor ist, jetzt hier mir gerade versucht, irgendwas über Investments beizubringen oder zu erklären, und aber genau nur dann Videos, Content macht oder irgendwelche Videos macht, wenn es gerade gut läuft, ist ja eigentlich, blöde gesagt, witzlos, blöde gesagt. Also das kriege ich nicht in meinen Kopf, wie so etwas sinnig sein kann, stimmig sein kann, überhaupt irgendwie Sinn ergibt. Da bin ich ganz ehrlich. Auf der anderen Seite, und da nehme ich auch gerne kein Blatt vom Mund, finde ich es schon sehr, sehr, sehr kritisch, wenn Zuschauer alles für bare Münze dann nehmen und sich sagen, hey, boah, das ist richtig geiler Content, der weiß, wie der Hase läuft. Und dann nehme ich mich nicht außen vor. Wenn ihr jetzt hier dieses Video guckt, wenn du dieses Video hier gerade guckst, beim Sparky und beim Thomas, auch ich labere vielleicht hier das ein oder andere Mal Bullshit. Ja, und in der Regel ist es natürlich nicht mal, weil ich es besser weiß, sondern weil ich es genau denke, dass ich es besser weiß, aber es in Wirklichkeit gar nicht besser weiß. Und dann kommen Zuschauer, Leute aus der Community, berichtigen mich, und ihr seht es ja auch oft in den Kommentaren, auch auf dem Blog, dann sage ich, wow, okay, hey, hatte ich tatsächlich nicht auf den Schirm, danke für die Ergänzung, absolut korrekt. Und dafür ist ja die Community da. Ich habe nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Auch wenn es manchmal so sich anhört, ich definitiv nicht. Ich sage ja auch sehr oft, bezieht verschiedene Quellen, schaut euch viele Quellen an. Das ist auch so ein krasser Punkt, das ich gerade wirklich sehr, sehr oft sehe. Ich habe ja auch letztens erst gerade kürzlich eben ein Video gemacht, wo ich darauf anspreche, wenn es gerade sehr gut läuft. Und so ein bisschen wieder Euphorie zu spüren ist. Ich meine, der Fear and Greed Index, der ist gerade aktuell wieder bei, ich glaube, Extreme Greed oder so. Und das heißt, da wird wieder ordentlich gepusht, da ist wieder richtig Kauflohne bei den einen oder anderen, vor allem jetzt auch bei Bitcoin natürlich mit dem Bitcoin ETF. Ich denke, der wird mittel- bis längerfristig große Implikationen haben. Ich habe es ja schon in einem gesonderten Video angesprochen, kann ich euch wirklich wärmstens empfehlen, mal dieses Bitcoin ETF Video von mir genau anzuschauen, wo man den kaufen kann, wie man den handeln kann, was das für Implikationen auf den gesamten Zykdo, aber auch Bitcoin Markt haben wird. Kurzfristig eher wenig, aber mittel- bis langfristig große Moves, punkto Pensionskasten, größte institutionelle Anleger, die bisher eben nicht den Bitcoin Exposure haben konnten. Aber ja, da wollen wir jetzt nicht zu vertieft heute drauf eingehen. Also da kommt vieles auf uns zu in den kommenden Monaten und Jahren. Und ich denke, dass auch bis 2030, wow, bis 2030, in 2030 bin ich 34 Jahre, holy shit, bis dort tatsächlich noch vieles geschehen wird und vieles passieren wird, wo wir auch uns fragen werden, holy shit, dass wir das miterleben dürfen. Das wird sehr, 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 sehr wild. Also da geht es dann auch um das Thema Künstliche Intelligenz, AI. Also wer sich da auch so ein bisschen mit beschäftigt, ich sage es einfach so, wie es ist. Es werden sehr, sehr, sehr viele Leute wegrationalisiert, also zumindest was Jobs angeht. Und natürlich wird es neue Jobs geben, aber je mehr ich mich mit dem Thema AI beschäftige, umso mehr und ich bin eigentlich überhaupt nicht der Fan von Universal Basic Income. Das ist also einfach ein Grundeinkommen, was man einfach so bekommt, ohne dass man arbeitet. Da bin ich überhaupt kein Fan von. Da wurde ja auch abgestimmt in der Schweiz vor einigen Jahren. Da bin ich gar kein Fan von. Aber je mehr ich dieses Rabbit Hole hinuntersteige, was eben künstliche Intelligenz, AI und Co angeht, und jetzt haben wir den Tesla-Bot in der zweiten Generation, da den Optimus, ich habe da jetzt das neue Video gesehen, das ist ja gerade erst vor einigen Tagen auch rausgekommen. Oh mein Gott. Es ist sowas von Game Over. Also jeder, der jetzt hier noch denkt, in 10, 15, 20 Jahren wird es deutlich mehr Jobs geben, als es noch heute geben wird. Ich bin definitiv nicht mehr in dem Lager. Also das ist so, wenn du denkst, die industrielle Revolution war schon wild, also wo wir dann mit Maschinen und was weiß ich, was alles angefangen haben, alles auch. Nee, es ist einfach Game Over. Ja, und da muss ich auch ehrlich sagen, wenn sich Meinungen basierend auf fundierten Fakten von mir ändern, ich war kein Fan von Universal Basic Income, und mittlerweile sage ich mir heute, okay, wenn es kein Universal Basic Income geben wird, dann werden wir in gewissen Ländern, wo wir es nicht denken werden, in entwickelten Ländern durchaus auch Bürgerkrieg oder Situationen, wo es, wenn es eskaliert, in Richtung Bürgerkrieg gehen können. Ja, weil es einfach richtig vielen Leuten richtig sehr schlecht geht, weil sie keine Jobs haben. Und ja, das wird sehr, sehr, sehr wild. Da muss man eben ganz, ganz, ganz das Ganze kritisch betrachten. Und darum bin ich auch ein großer Fan eben vom Thema Investieren, weil wenn wir in verschiedene Unternehmen investieren und investieren kann jeder schon bereits ab 25 Franken, ab 100 Franken, also wirklich ab Kleinstbetrieben pro Monat, dann ist es tatsächlich meiner Meinung nach so, dass man sich da schon sehr gut drauf vorbereiten kann. Und es gibt keine Ausreden, ja, es gibt keine Ausreden. Ja, ich habe zu wenig Geld, zu wenig Jenes, und ich habe nichts übrig. Jeder hat 25 Franken pro Monat übrig und kann einfach mal starten und nach und nach sich da ausbauen. Und dann sagt der eine, ja, aber Thomas, mit 25 Franken kannst du gar nicht erst starten und das geht doch gar nicht. Ja, dann würde man halt nie starten und in einem Jahr ist man immer noch lieber mit 25 Franken mal zwölf Monaten, muss man dann mal investieren und Wissen erlangt besser da, als man hat das gar nicht gemacht zwölf Monate lang. Und ja, am Ende des Tages muss man halt immer, und so ist halt die Welt, selber gucken, wo man hinkommt zu einem gewissen Grad. Und es wird halt niemand hier irgendwie in dein Leben kommen und dein Investmentportfolio kostenlos aufbauen und alles für dich machen, und deinen Arsch noch gleichzeitig abwischen und dann auch kein Geld dafür verlangen. Also irgendwo ist dann halt auch Ende Gelände. Selbst wenn man Universal Basic Income mal haben wird, du musst dann deinen Arsch immer noch selber abwischen. Und so ist das halt manchmal, ja. Und man muss da halt einfach wirklich dann Zähne durch und durchbeißen und that's life, ja. Und ja, so hart das auch klingen mag, ich bin jetzt hier auch nicht irgendwie jemand, der, wie schon gesagt, ja, anecken möchte, aber ich werde es wohl mit gewisser Art und Weise dann doch irgendwie tun. Aber so ist das nun mal eben. Manchmal brauchen gewisse Leute, und ich kenne das auch so ein bisschen, habe ich auch schon Feedback gehört, gewisse Leute brauchen Arschtritte. Und zwar im positiven Sinne, also konstruktive Arschtritte. Nicht Arschtritte mit denen wie, hey, du bist scheiße, du wirst es nicht hinkriegen, sondern du bist scheiße und du musst gucken, dass du es hinkriegst. Das ist der Weg, wie du es hinkriegst. Zieh durch. Solche Arschtritte eben. Und das haben wir jetzt auch letztens, wo wir jetzt immer im Dividenden-Donnerstag immer wieder Portfolien einfach angucken und analysieren und einfach unseren Senf so ein bisschen dazu geben, als absolut unprofessionelle Online-Typen, die eigentlich gar keinen Plan von gar nichts haben. Das Feedback, was ich bisher von den Leuten selber bekommen habe, die das Depot selbst eingesendet haben, da habe ich schon Feedback bekommen. Hey, danke Thomas, danke für die wahren Worte. Das hat mich nochmal so richtig wachgerüttelt. Ich werde jetzt das Ganze nochmal umkrempeln, in ganzen Jahren leben oder zum Beispiel irgendwie jetzt nur noch in ETFs, weil das, was ich hier gemacht habe, hat keine Ahnung, Fuß, whatever. Und das finde ich halt irgendwie schon geil, dass dieser Impact, dieses in den Arsch treten, dieses wachrütteln auch den Leuten hilft, auch mit der Realität klar zu kommen und dann auch das wirklich nutzen, um tatsächlich positive oder halt eine positive Veränderung, Veränderung tatsächlich zu erzeugen. Und das finde ich halt richtig, richtig geil, dass ich jetzt hier auf YouTube so einen Impact haben kann. Ich habe erst gerade kürzlich, und das hat mich wirklich aus den Socken gehauen, solche Stories finde ich einfach nur ganz krass. Ich habe mal 2020 oder 2019 oder so über den E-Mail-Newsletter ein Call, ein Telefonat, ein Telefonat, die über 30 Minuten oder so verlost. Das hat dann eine Mutter, wenn ich das richtig mitbekommen habe, gewonnen. Ich hatte mit der den Call. Das hatte ich mittlerweile schon lange vergessen. Da habe ich dann unter den Kommentaren, unter einem Video gelesen, da schreibt sie mir, hey, ich hatte da vor drei, vier Jahren den Call mit dir und das hat wirklich viel mir gebracht, neben Budgetierung, wo startet man, wie startet man, was für Tools soll man benutzen. Und, also das war nicht ein Coaching, sondern nur, die Tools gibt es, so kann man starten, selber recherchieren kannst du hier und da, so würde ich es aufgleisen. Und ich hatte es schon lange vergessen, da habe ich aus Jux auch in meinen Mails nochmal nach dem Namen gesucht und so, wo steht, okay, das war jetzt wirklich schon so lange her und den Call gab es halt wirklich so. Und ich war nämlich gar nicht mehr daran erinnern, aber dass ich so einen krassen Impact haben konnte für eine Familie oder für eine Mutter oder halt für allgemeine Personen, das zeigt mir halt, völlig egal, ob ich jetzt hier mit diesem, klar, also ich muss von irgendwas, muss ich leben, aber völlig egal, ob ich hier von leben kann oder überhaupt Leute dieses Video schauen oder ob ich Dislikes bekomme und mich Leute abhegen. Ich kann Positives bewirken auf einzelne Personen bezogen, die über Jahre dann wirklich so merken, krass, das war so ein Key-Schlüssel-Moment, dieses Gespräch, dieser Con oder whatever und ich muss mir dafür, in diesem Fall habe ich mir eine halbe Stunde oder so Zeit genommen und ich kann so einen krassen, positiven Impact auf diese eine Person haben, dass ich manchmal mir selber denke, holy shit, klar hätte die Person es vielleicht auch über andere Umwege und so weiter hinbekommen, aber dieses Gefühl ist unschlagbar. Du könntest mir Zehntausende von Franken zahlen, ist auch geil, ist sehr, sehr, sehr geil, aber so manchmal ist so dieses Emotionale, also klar, ich kann vom Emotionalen kann ich mir kein Brötchen leisten, bin ich ganz ehrlich, da kann ich nichts von kaufen, aber dafür brauche ich dann die Zehntausend, blöde gesagt, nee, aber dieses Emotionale ist so unschlagbar, dieses Gefühl so, holy shit, und ich konnte was bewirken bei einer Person, bei einer Familie und das ist für mich manchmal einfach, also ich kann das halt echt nicht erklären, das ist für mich so wirklich so ein Glücksmoment, und ich hoffe, dass ich solche Glücksmomente in naher Zukunft und auch über die kommenden Jahre weiterhin hier auf diesem Kanal haben kann und mit euch teilen kann und ganz nach dem Motto getreu, tretet euch mal selber in den Arsch, zieht durch und schaukelt nicht ständig eure Eier, meine Lieben, darum zieht euch auch gerne diesen DriveTime Talk rein.